Hi. Und ja, 500 zu 1 wird jetzt der Running Gag. Oder das normale Anzähl-Sprüchlein. Ja, und keiner von euch wird das hier vernünftig hören, weil das immer vor dem Aufnehmen passiert. Unglaublich knapp davor, aber leider zu knapp, als dass man es hören könnte. 500 zu 1. Ja. Ist weiss. Ne, ich hab keinen Hunger. Oh, wei. Laa 5! Och ja, warum nicht? Oh, ich hab den Winter-San-Astrich für Lela 5, das hab schon nichts mehr vergessen. Ich bin episch als du... Ah, mein Lela 5 ist weiß. Also, weiß mit Rußstrichen. Was? Scheiße, es ist abgestürzt. Ehrlich? Ich hab das nicht gelesen. Stand da gerade, rechts unten. Ja. Ja, ne? Trululululul. Climbing to Bomber Hunt. Going left. Ist ein Wort, ja. Going lefta. Ist ein alter Kiebs sogar. Hm. Rolling left-hatsis. Left-hatsis? Left-hatsis. Team-Speak und Tomatensaft. Ja. Wer sich noch daran erinnert, ne? Wie hältst du dich einfach geschlossen? Tomatensaft ist ja okay, hab ich verstanden. Aber Team-Speak, was war da nochmal? Ich muss gerade ganz kurz eine Spitfire von hinten attackieren, weil sie mich komplett nicht gesehen hat. Spooning-File. Und Teamwork. Ja. Du hättest die gerade, du musst die einfach auch attackieren, weil ich ja viel los bin. Ja. Ja, das ist noch was mit Feier. Äh, ich hab einen Stimmungsabriss. Jei. Du mich auch. Ich hab eine La 5, ich kann leider nichts tun. Ne, ich doch auch. Ne. Ich kann ja in einer Spirale runterfliegen, genau. Doch, lass ich mich nicht, wenn ich Wörter verfolgt. Ich bräuchte mal einen künstlichen Horizont hier in den Wolken. Links. 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 Ja, gut. Das kommt natürlich auch. Ne, mal. Alter. Das hat er geholt. Ja, ich sollte vielleicht mal zu dir zurückkommen, ne? Ne, ähm. Lebst du noch? Lebst du nicht mehr. Okay, dann komm ich nicht zurück. Schlechte Netzwerkverbindung. Ich konnte nichts mehr tun. Ich bin rausgezogen und er hat mich immer weiter in der Spirale runtergedreht. Weil er mir jetzt anzeigt, ich habe eine Netzwerkverbindung. Dein Ernst. Alter. Das hast du dir ausgeschmissen. Ne, ich bin, ich bin noch im Spiel, aber... Das ist doch nicht ein Ernst. Ich habe wieder 5 in den Boden gerammt, weil das Spiel nicht akzeptiert hat, dass ich ihn wieder hoch gelenkt habe. I, Leuchtspur. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Das ist so scheinbar. Dann klaut's. Ich meine, gut, ich hatte wenigstens einen Kill vorher, aber das ist doch trotzdem... Nix, jo. Jo, ist... ...ist blöd, ja. ...abbeschossen werden von der Spitfire. Okay, ist mies, aber ist verständlich. Dann haben wir fliehen bei, irgendwo verdammt viel des Spitfires. Ja, gut, aber gut. Wahrscheinlich wegen meinem Tier. Ähm, das wird immer nach dem Haies-Tier gewertet. Das wäre dann wohl ich. Okay. Dann muss ich, dass es Mark 1s sind. Vielleicht haben sie einfach keinen Bock. Oder haben sie sich gerade gedacht, oh ja, hm. Hm, Mark 1s. Das ist Vego, der kriegt heute mal keinen Battle Drop hinein. Er kriegt absolut einfach nichts überhaupt. Und fails. Am draufziehen. Soll ich dir einfach mal eine Kugel in den Inneren rammen? Ja, bitte gerne. Aber erst nachher. Wenn ich schon brenne. Pohin macht's keinen Spaß. Macht den wirklich. Okay. Alter Laffin frisst die Kugel, die ich... Danke. Kann ja nicht wahr sein. By the way, wo ist der Flieger, den ich da... Ah, okay. Hinter mir. Dreht mal aus. Okay, ja, gut. Oder doch. Fliege ich jemand hinterher. Geht's dir gut da vorne? Ich und meine Kanone, das ist echt nicht feierlich. Warum? Weil ich mich nicht an dieses Klick-Slam gewöhnen kann. Tue ich auch nie. Jetzt hat dir irgendwer mal gesagt, dass das besser ist, seitdem tust du das. Ich sag dir immer noch, dass es ja schlecht ist. Du musst nicht wieder aufhören zu schießen. Ja, eben, das ist ja das Problem. Kann ich die Hurricane vom Arsch holen, wenn sie... Kann ich doch nicht, weil sie unglaublich an Geschwindigkeit einbüßt. Weil sie so unglaublich dumm ist. Ich hätte die Problemlos kriegen können, aber nein, die muss ja unglaublich langsam um diesen Berg rumfliegen, dass ich quasi vor sie einschere. Alter Frachtschiff, komm. Geh mal nicht auf den Sack, Frachtschiff. So. Russische Tarnenstriche sind so komisch irgendwie. Warum? Ich weiß nicht, ob so fette, tarngrüne Streifen und fette, granit-schwarze Streifen ist. Ich weiß nicht, wie weit das tarnt. Im Wald? Alter, da könnten die schmerz-Patrouillenbooten da aufhören, auf mich zu ballern. Burn. 9. Hurricane Mark 2, Kitty Hawk? Wir haben hier wirklich hier nur... ...pap-marschee als Gegner. Von dem ist nur die drehen natürlich alle besser, weil es papp-marschee ist. Brenne, Jakaral. Nice. Nee, ich darf nicht. Das war aber ein guter Anfang, weil jetzt kann ich vielleicht sogar... Gut. Danke. Ich bin zwar in dem vorbeigeflogen, aber gut, was soll's. Aha. Dieser Server ist schlecht. Hat's dich grad auch rumgeschmissen? Nicht ganz, aber es hat mich irgendwie zwei Meter weiter nach rechts brechen, als ich eigentlich war, wie's aussieht. Oder mein Gehirn hat zwei Meter weiter nach links. Also von ihm auch aus zwei nach rechts, ne? Warum das denn? Weil ich ganz klar bei ihm vorbeigeschert bin und trotzdem praktisch gesäbelt wurde von seinem Flügel. Blenheim. Also das Aufschalten ist auch schwierig geworden irgendwie momentan. Jetzt ist meine Muni, Alu, und ich kann jetzt die Kitty Hawk nicht retten. Ah. Und wer selber jetzt verballert ist, das ist doch nicht dein Ernst. Ah, die MiG-3 macht diesen Ruf, natürlich, ja. Ich drehe über mich drüber und komme wieder hinten an mich ran. Ist okay. Kann ja grad eh nichts tun, solange ich keine Muni habe. Ja, nice. Jack-9T, komm, hier. Bisschen, bisschen Großkaliber schießen. Shit ins, ja. Wo hast du gesagt, wo die Blädenheim? Oh, das ist wahrscheinlich ein Ernst nicht mehr da. Schon ein Ernst-Deck. Was zieht die Lightning auf mich drauf? Alter, hat der Fighter der Gladiator dabei. In was, in was für ein Tier sind wir hier reingerutscht? Ich weiß es nicht. Warum sind wir trotzdem so schlecht? Okay, weil die Russen einfach, die Larsen, eine zu schlechte Wenderate haben gegen die Kleineren. Ja. Das würde es wohl sein. Gut möglich. Ohne F4. Vom Nukleartemplern, ja. Jemen joined your chamber. Hallo. Keuzei. Jetzt hängt ihr hier schon bei Privatruppen, Alter. Ja, weil wir aufnehmen. Hi. Wie man vielleicht am Kanal sehen könnte. Wie geht's dir? Oh, gut. Ich glaube, wir haben heute mit Gerde gefragt, ob ihr jetzt fliegt oder Panzerfahrt. Nein, wir fliegen und nehmen auf. Genau. Okay, dann verpiss ich mich mal wieder. Okay. Ciao. Ciao, ciao. Hallo. Und noch einer. Hallo. Was macht ihr hier? Aufnehmen, wie der Kanal sagt. Und ja, wir fliegen, wir fahren nicht. Aufnehmen? Nee, hier ist privat. Ich würde aufnehmen. Das ist unser privater Aufnahmestand. Der ist schon seit Ewigkeiten für uns reserviert hier auf dem Server. Oh. Schön, dass du das nicht weißt. Das ist schade. Ich bin mir das als ich sicherlich schon mal noch hingewiesen zu haben, aber ist egal. Wie geht's dir? Wurde schon wieder wegdefragmentiert. Ja, mir geht's gut. Alles gut. Also, dann mach mal schön. Sorry. Sorry, flame. Wir nehmen nach hier zu uns. Privat und so. Nun ja. Irgend oder lag. Irgend oder lag. Irgend. Teamwork, weiß wo. Wir haben die Hintertiebe. Oh, 600 Punkte. Das ist wenig. Tja, was erwartest du? Der Feind greift unsere Basis an. Die Verteidigung muss sofort gestärkt werden. Ruckwein in unserer Basis. Iron, SB2M. Wir sehen mal den letzten Ausweg. Ah, da fliegen so viele da hin. Ich meine, ich bin zwar als Jagdner am ehesten dafür geeignet, aber... Pfff. Pfff. Boah. Ich glaube, die B-109. So ein riesiges Trefferfeld findest du selten. Aufschalten, verdammt. Mit Trefferlampe tue ich anscheinend trotzdem. Oh, Flugplatz kaputt. Schön. Ne, ne, das ist das nächste Missionsziel. Achso. Wir haben ja gewonnen. Terror des Himmels. Was ist das? Äh. Gleich drüber hauern, dann siehst du es. Ja, eben bei dir. Nicht bei mir. Dann zeig ich es dir gleich. Moment. Auswendig weiß ich es nämlich auch nicht mehr. Wieso können die dich einfach mal fixen, dass das hier immer nur in halb Sekunden Schritten lang hüpft? Das ist doch scheiße. Hm, 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 hm. Als nächstes sollst du ein bisschen researchen. Die Flügel, ja, das ist nice. Terror des Himmels. Die meisten Luftziele zerstört. Ah, okay. Ansonsten habe ich noch Jägerjagd gekriegt. Und Teamwork, natürlich. Joa. Weil du einmal was geschafft hast. Puh, he, he.